Einen wunderschönen guten Morgen. Diese Episode hier, die hat mein Onkel angestoßen. Der fragte mich, wie wandle ich eigentlich ein getipptes Schreibmaschinen-Dokument in eine digitale Word-Datei? Zuerst einmal, das ist eine verdammt berechtigte Frage. Und zweitens, jeder von uns benötigt einen Arbeitsablauf für eine Texterkennung seiner Dokumente, um dessen Wörter kopierbar, editierbar und wieder auffindbar zu machen.